Kohaku Dainichi 73 cm frischer Yonsai Weiglich, haben wir als Nisai gekauft Haben wir hier in der Innenhälterung aufgezogen Hat sich gut entwickelt 73 cm ist ein gutes Maß Ist weiglich Wie gesagt, Yonsai ist frisch 80 cm wird er locker schaffen Wir müssen gucken Können wir noch etwas machen Aber das ist noch nicht so nötig Besser ist jetzt Länge Die Schleifung Die Schleifung Die Schleifung Die Schleifung Die Schleifung Die Schleifung Die Schleifung